UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Unser Frühling ist vorüber, die Vergangenheit ist vergangen und ich suche nach meinem Schicksal. Willkommen zu Hause, Genosse! Der Shah ist weg! Iran wird ein freies Land sein! Ich hab dir dieses Versprechen gegeben, dass ich mitkomme, aber es ist zwölf Jahre her und ich war frisch verliebt. Wir haben keine Möglichkeit, Ihre Dissertation hier zu betreuen. Wenn du mir mit Sarah in den Iran folgst, dann nur, weil du es auch wirklich willst. Willkommen zu Hause! Ich könnte mir vorstellen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Hier müssen Sie sich entscheiden zwischen einem Leben als Hausfrau und einer Karriere als Akademikerin. Wie siehst du denn aus? Das sind die islamischen Regeln für Frauen an öffentlichen Orten. Ein neues Pressegesetz schränkt die Meinungsfreiheit stark ein. Die Religiösen möchten, dass sämtliche nicht-islamische Inhalte vom Lehrplan verschwinden. Eure Revolution ist gescheit! Jede Revolution hat ihren verdammten Preis! Das habe ich mir auch anders vorgestellt, die Freiheit. Wenn Sarah und ich hier rauskommen, dann kommen wir nicht mehr zurück. Dann schreibt es hier, ich geh das nicht auf. Ich gehe 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 ich das nicht auf. Das war's für heute.